guten morgen ja heute bin ich mal nach inspel gefahren in den stöffelpark mein erster besuch wollte ich mir mal anschauen und euch das auch mal zeigen hier alles ja da war eine sehr nette damen an der kasse die hat mir alles schön erklärt aber ich habe mir gedacht ich schaue mir das jetzt hier alles mal auf meinen eigenen forst an also ich würde sagen fünf euro sind nicht zu viel verlangt ja 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 Und das beste ist, ich bin heute ganz alleine hier. So mag ich das. Krokodilkot, auch mal was spezielles. Krokodilkot, auch mal was. Ja, der Stöffelpark, das ist ein altes Basaltbergwerk, der jetzt praktisch für, ja, umgebaut wurde zu einem Tourismuspark. Und das ist ein ganzes Basalt. 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 Ja, ich bin jetzt kein Experte, was Basaltabbau angeht. Deswegen werde ich lieber mal schön meine Klappe halten und schöne Bilder machen. Das ist hier wirklich alles riesig. Ja, falls ihr euch das mit eigenen Augen mal anschauen wollt. Entspel liegt so grob zwischen Westerburg und Bad Marienberg, würde ich sagen, im Westerwald. Ja, kostet 5 Euro Eintritt hier. Ich würde mal sagen, dass es nicht unbedingt zu viel verlangt. Okay, so ganz allein bin ich dann doch nicht hier. Es sind nun doch ein paar Arbeiter hier unterwegs. Aber nicht schlimm. Von denen lasse ich mich nicht stören. Ja, hier hat man dann auch gleichzeitig noch eine schöne Aussicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich gibt es auch noch ein paar fahrbare oder ehemals fahrbare Maschinen zu bestaunen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020